Diese Worte erschütterten die Fans des weltberühmten Violinisten und Dirigenten zutiefst. Ander Riu, der über Jahrzehnte hinweg als der Walzerkönig unzählige Herzen auf der ganzen Welt eroberte, scheint nun vor einem dunklen Kapitel in seinem Leben zu stehen. Doch was genau steckt hinter dieser erschütternden Nachricht, die sein Sohn öffentlich machte? Die Welt der Klassik ist in Aufruhr, während die Fans voller Sorge auf neue Informationen warten. Ander Riu, der nicht nur als einer der erfolgreichsten Violinisten unserer Zeit gilt, sondern auch als Visionär, der mit seinem Johann Strauss-Orchester die Klassik für ein breites Publikum zugänglich gemacht hat, war stets das Bild von Eleganz und Perfektion. Seine Konzerte, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verzauberten, waren nicht nur musikalische Meisterwerke, sondern auch ein emotionales Erlebnis. Doch wie es scheint, verbirgt sich hinter dem strahlenden Bild des Künstlers ein schweres, unbekanntes Kapitel, das seine Familie nun gezwungen ist, öffentlich zu machen. Die Nachricht, die sein Sohn vor wenigen Minuten bestätigte, lässt keinen Zweifel daran, dass sich etwas Tragisches ereignet hat. Es war eine schwierige Zeit für uns alle, sagte sein Sohn mit brüchiger Stimme in einem exklusiven Interview. Mein Vater hat immer versucht, stark zu bleiben, aber nun mussten wir der Realität ins Auge sehen. Diese Worte trafen die Fangemeinde tief ins Herz, denn sie ließen erahnen, dass sich die Lage und andere jodramatisch verändert haben muss. Bereits in den letzten Monaten gab es Gerüchte um den Gesundheitszustand des berühmten Musikers. Einige Fans hatten bemerkt, dass er sich bei seinen Konzerten zurückhaltender zeigte, weniger aktiv auf der Bühne war und öfter Pausen einlegte. Doch bisher wurden diese Beobachtungen als Folge des Alters und der unermüdlichen Arbeit des Musikers abgetan. Niemand wollte glauben, dass der Mann, der über Jahrzehnte hinweg die klassische Musik revolutioniert hatte, nun vor einer ernsthaften gesundheitlichen Herausforderung stehen könnte. Doch die traurige Wahrheit ist, dass Ander Rio in den letzten Monaten mit einer Krankheit kämpfte, die er und seine Familie so lange wie möglich vor der Öffentlichkeit geheim halten wollten. Er wollte nicht, dass seine Fans sich Sorgen machen, sagte sein Sohn. Für ihn war es immer das Wichtigste, dass die Menschen glücklich sind, wenn sie seine Musik hören. Doch nun ist der Punkt erreicht, an dem es keine andere Wahl gibt, als offen über das zu sprechen, was wirklich vor sich geht. Die genauen Details über seine Krankheit sind weiterhin unklar, doch es scheint, dass Ander Rio mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, die ihn nicht nur körperlich, sondern auch emotional stark belasten. Es ist schwer, ihn so zu sehen, sagte sein Sohn weiter. Er hat immer so viel Energie und Lebensfreude ausgestrahlt. Aber jetzt müssen wir ihm den Raum geben, den er braucht, und wieder zu Kräften zu kommen. Diese Worte machten deutlich, dass sich Ander Rio aus dem Rampenlicht zurückziehen wird, und sich voll und ganz auf seine Genesung zu konzentrieren. Für die Fans, die ihn über all die Jahre begleitet haben, ist dies ein schwerer Schlag. Viele von ihnen drücken in den sozialen Medien ihre Trauer und ihre Unterstützung aus. Ander Rio hat uns mit seiner Musik immer Hoffnung und Freude gegeben, schrieb ein Firma auf einer Plattform. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir ihm unsere Liebe und Stärke zurückgeben. Doch trotz all der aufmunternden Worte bleibt die Sorge, ob er jemals wieder auf die Bühne zurückkehren wird. Sein Sohn machte in dem Interview jedoch deutlich, dass Ander Rio nicht bereit ist, aufzugeben. Mein Vater ist ein Kämpfer, sagte er. Er liebt die Musik, und die Musik wird ihm auch in dieser schweren Zeit helfen. Diese Worte gaben den Fans Hoffnung, dass dies vielleicht doch nicht das endgültige Ende seiner Karriere ist, sondern nur eine Pause, die er dringend braucht, um zu sich selbst zu finden und zu heilen. Doch was genau ist der Grund für diese tragische Entwicklung? Einige Insider spekulieren, dass Ander Rio schon seit Jahren gesundheitlich angeschlagen war, aber seine Leidenschaft und sein Pflichtgefühl gegenüber seinem Publikum ihn davon abhielten, kürzer zu treten. Er hat immer gesagt, dass er sich sein Leben ohne Musik nicht vorstellen kann, sagte ein enger Freund der Familie. Aber manchmal fordert der Körper seinen Tribut. Die traurige Nachricht, die nun bestätigt wurde, wirft ein neues Licht auf die letzten Jahre von Ander Rio. Es scheint, dass der Musiker, der immer so stark und unermüdlich wirkte, schon lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, die er vor der Öffentlichkeit verbarg. Er wollte nie, dass die Menschen ihn schwach sehen, sagte sein Sohn. Aber jetzt müssen wir uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt seine Gesundheit. Inmitten all dieser Traurigkeit gibt es jedoch auch Hoffnung. Ander Rio, der über Jahrzehnte hinweg als Symbol für Lebensfreude und musikalische Perfektion galt, zeigt, dass er auch in schweren Zeiten nicht aufgibt. Er hat immer gesagt, dass die Musik ihm Kraft gibt, sagte sein Sohn. Und wir glauben fest daran, dass sie ihm auch dieses Mal helfen wird. Die Fans von Ander Rio wissen, dass er ein Kämpfer ist, und viele von ihnen warten geduldig auf den Tag, an dem er wieder auf der Bühne stehen wird. Seine Musik hat unzählige Menschen berührt und inspiriert, und auch in dieser schweren Zeit bleibt die Hoffnung bestehen, dass er diesen Kampf gewinnen wird. Die traurige Nachricht bedeutet nicht das Ende seiner Geschichte, sondern nur eine neue, herausfordernde Phase, die er mit der gleichen Leidenschaft und Hingabe bewältigen wird, die ihn immer auszeichnete. Ander Rio mag vor einer seiner größten Herausforderungen stehen, doch wenn jemand die Kraft hat, sie zu überwinden, dann ist es der Walzerkönig, selbst. Seine Fans, seine Familie und die gesamte Musikwelt stehen hinter ihm in der Hoffnung, dass er bald wieder die Bühne betritt und die Herzen der Menschen mit seiner Musik erfüllt.